Channel meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Vor kurzem habe ich euch gefragt, welchen CSGO-Content ihr euch gerne anschaut. Nicht nur bei mir, sondern generell so overall. Und ihr habt mir gesagt, dass ihr unter anderem gerne Sticker-Crafts oder Skin-Crafts schaut, beziehungsweise die Bewertung dieser euch anguckt, sie selbst gerne bewertet und so weiter und so fort. Und da die ganze Sache auch schon im Vorfeld immer mal wieder in den Streams angesprochen wurde, machen wir das jetzt einfach mal. Let's go! Diese Skin-Craft-Sache ist natürlich perfekt, um mit euch eben zu interagieren. Darum habt ihr die Aufgabe, euren schönsten Skin-Sticker-Craft zu erzeugen auf Bro-Skins. Die Seite ist verlinkt, da sucht ihr euch einfach irgendeine Waffe aus. Gerne natürlich auch was, was ihr tatsächlich bei euch im Inventar habt und eben nachbaut. Oder eben auch einfach irgendwas aus eurer Fantasie. Ich mache jetzt zum Beispiel so einen Kamei-Sticker da drauf, zack, bumm, und dann nochmal hier drüben einen hin. Das ist jetzt zum Beispiel mein Craft. Und ihr schickt mir dann unter dieses Video euren fertigen Craft, also sprich diesen Chat-Befehl. Wenn ihr auf den Server hier geht und diesen Chat-Befehl eingibt, seht ihr euren Craft auch im Spiel. Also auf diesem Server kann man eben diese Sticker-Crafts anzeigen lassen. Dort schaut ihr dann, wie gesagt, ob eure Craft halt schön aussieht, ob das genauso ist, wie ihr es haben wollt. Und dann schickt ihr mir die ganze Geschichte in die Kommentare, also unter dieses Video hier. Ich mache es so, dass ich nur für alle Fälle, falls halt unzählig viele mitmachen würden, wovon ich nicht ausgehe, aber dennoch nur als Sicherheitsmaßnahme, mache ich so, dass die ersten 50 auf jeden Fall von mir angeschaut werden. Also ich werde dann im Follow-up-Video hierzu mir die Crafts anschauen und dort dann wiederum die Frage stellen, wem welcher Craft am besten gefällt. Dort könnt ihr dann einfach Punkte vergeben. Also ihr könnt dann praktisch einem einzelnen Craft, den ihr am besten findet, einen Punkt geben. Die Punkte werden zusammengezählt und der Gewinner bekommt dann von mir einen 10-Euro-Skinberon-Gutschein. So, wird also eine ganz gemütliche Kiste. Lasst euch da auch gerne Zeit, ich werde mit der ganzen Sache mindestens, ich sag mal, 7-10 Tage warten. Also ihr habt noch genug Zeit, um euren besten Craft entstehen zu lassen. Und wenn ihr dann eben durch seid, schickt ihr mir diesen einen Craft, also nicht irgendwie ganz viele, sondern jeder schickt einen einzigen Craft dann in die Kommentare. Das fügt ihr einfach eurem Kommentar bei hier unter dem Video und dann gucke ich mir die Sache an. Aber ihr habt halt locker mal 7-10 Tage Zeit. Ich werde natürlich auch für mich die Crafts bewerten, also sagen, wow, der gefällt mir und der gefällt mir auch. Aber am Ende zählen dann eure Wünsche, also wie ihr es dann im Follow-up-Video in den Kommentaren schreibt. Das gewinnt dann. Nicht das, was ich am besten fand, sondern das, was ihr am besten fandet. Alleine schon aus dem Grund, weil ich noch sehr, 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 sehr neu bin in dieser ganzen Craftsache und halt nicht wirklich herauslese oder heraussehen kann, was jetzt halt echt gut ist. Ich kann mir nur diese normalen Sachen erklären, wie halt ein stimmiges, farbliches Verhältnis, also dass eben die Mische stimmt. Rote Sticker auf rotem Grund oder dann noch irgendwie Komplementärfarben, dass man da was macht oder, oder, oder. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, sowas zu bewerten und ich denke, ihr seid da viel, viel, viel besser drin als ich. Darum werden dann eure Kommentare auf jeden Fall zählen. Und das, was ich im Video sage, also wie ich die Crafts eben selbst bewerte, ist natürlich dann sicherlich für den Einzelnen, wenn man eben von mir hören möchte, wie ich es finde, eine nette Sache. Aber ja, eure Stimmen ergeben halt am Ende dann den Gewinner. Ich bin leider etwas erkältet, weswegen ich, äh, ja, jetzt hier auch gleich wieder schließen werde. Ich merke schon, dass ich Stimme so ein bisschen, äh, wegknacken will. Nichtsdestotrotz gibt es heute natürlich wie immer den Livestream. Ab 20 Uhr freitags, kommt ran, vergesst bitte nicht unser fettes Knife-Give-Way, das wir gerade laufen haben. Und, äh, an alle Neuen, wir machen immer Viewer-Games und haben grundsätzlich auch immer kleinere Giveaways in den Streams. Also rankommen. Ich bin sehr gespannt, wie die Sache mit den Crafts ablaufen wird. Grundsätzlich habt ihr euch auch Skintalk gewünscht und so weiter und so fort. Ich gucke, dass ich jetzt in diese Richtung gehe und auch mehr Content in, äh, dieser Hinsicht eben mache. Ich weiß, dass gerade diese gesamte Skin-Seite bei mir ziemlich klein nur mitläuft. Also ab und an machen wir mal ein Community-Case-Opening. Das ist da vielleicht zweimal im Jahr. Und, äh, ja, ich hab vor kurzem, wann war das, dieses Jahr einmal über meine Skins gesprochen. Also wie sich mein Inventar verändert hat, wie der Preis halt gestiegen ist und so weiter und so fort. Oder vielmehr die Inventare meiner, meiner Accounts. Äh, ja, aber sonst ist es sehr, sehr klein gehalten. Wobei es mich natürlich trotzdem sehr interessiert. Gerade wenn man bedenkt, dass wir halt auch in den Livestreams viel mit Skins machen. Alleine über die Giveaways und so weiter und so fort. Also das Thema ist ja eigentlich gar nicht so klein bei mir. Aber ich halte es auf YouTube im Moment noch recht klein. Aber das will ich jetzt ändern und mal gucken, wie euch dann eben dieser Content gefällt, den ihr euch halt gewünscht habt. Im Hintergrund war wieder KZ zu sehen. Ich hatte diese Aufnahme eigentlich schon fertig. Ich hab das, die Map schon einmal gemacht und hab aber die, die ganze Geschichte gelöscht. Weil bei dem letzten Video hab ich einen Teil davon benutzt, von dem Video. Bis zu diesem rosa Baum, wo wir hier auch wieder angefangen haben. Oder pink im Baum. Und, ähm, dann hab ich aber scheinbar die ganze Aufnahme gelöscht. Also musste ich es eben nochmal neu erspringen. Ich bin nach wie vor ein ziemlicher Keck, aber es hat schon besser geklappt als letztes Mal. Und, äh, ja, das ist unser Server. Da könnt ihr gerne drauf. Der Link zum Server steht vielleicht in der Videobeschreibung. Ich hoffe es doch. Und falls nicht, in unserer Steam-Gruppe findet ihr den sowieso. Wenn ihr in die Steam-Gruppe geht, dann ist da in der Diskussion ein Unterpunkt CSGO-Server. Da steht alles drin. Ihr könnt also auch gerne mal mithoppeln, dann seid ihr in der Aufnahme mit dabei. Beziehungsweise steht in den Top-Listen mit drin, die ich dann ab und an einfach durchschaue. Haut natürlich auch gerne in die Kommentare rein, ob euch die Sache hier generell gefällt mit den Crafts. Ich hoffe es doch sehr. Wir sehen uns dann im nächsten Video in zwei Tagen oder, äh, im nächsten Livestream. Heute Abend, 20 Uhr. Und ich bedanke mich hiermit recht herzlich fürs Zusehen, für die Kommentare, für die Likes. Lasst es krachen. Later! Die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen, dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken, fette Mutter auf die Instagram-Messe.